Nun sind wir mal gespannt, wie sich das hier ergibt. Ich überlege dann, gegebenenfalls mit einem Free Return Trajectory das zu machen. Wir können vielleicht mal kurz, wir haben zwei Minuten bis App okay, dann stellen wir kurz mal hier die Triebbarke aus. Wir rechnen mal. So. Wir rechnen mal, wie es sich gibt. So. Ne, dann kriegen wir den Flybeinig. 1200 Meter pro Sekunde brauchen wir noch. So, jetzt. Okay. So könnten wir es machen. Ich möchte aber eigentlich hier relativ dicht runter kommen. So dicht nicht. Das wäre es. Wie viel Zeit haben wir noch? Das wäre es. Das müssen wir machen. So, ähm, Brennzeit zwei Minuten zehn Sekunden in einer Minute acht. Das heißt, bei einer Minute vier gibt's jetzt ein Go. So machen wir es. Ist mir gerade wieder eingefallen, weil ich gerade in der Situation irgendwie wegen dem Apollo-Ding musste ich an Apollo 13 denken. Und dort hat man es auch so gemacht. Wenn der Sprit nicht reicht, dann ein Free-Return-Trajectory. Freie Rückkehrbahn einzuschlagen. So. Ähm, ja. Schwierig wird's jetzt. Und die ermittelte Brenndauer. Das müsste alles passen. Ja, wir müssen gucken, dass wir zwei Minuten, dass wir... Das passt. Zwei Minuten vor der Bahn, zwei Minuten nach der Bahn. Oder eine Minute vorher, eine Minute nachher. Ja, das ist... Müsste ziemlich gut hinkommen. Dann haben wir hier einen kleinen Intersect mit dem Moon, der uns auf eine niedrigere Flugbahn bringt. Und wir quasi direkt zurückfallen in die Atmosphäre. Ja, bremsen mit unserem Bobbes. Beziehungsweise mit den Resten, den Treibstoffreserven. Kurz vorher brennen wir alles an Geschwindigkeit weg, was wir können. Ditchen dann den, ähm, die Transferstufe. Und haben dann im Endeffekt den... ...den Flyby erfolgreich absolviert. Wir werden einen Haufen Mengen Daten sammeln. Wir werden... Ich weiß gar nicht. Ist schon mal Jeb? War Jeb nicht schon mal IWA über dem Moon? Ich weiß es nicht. Ja. Es steht auch Valentina zu. Jeb hat sehr viele, ähm, World First Records gemacht. Ähm, da denke ich, ist auch jetzt Valentina mal an der Zeit, dass sie das machen kann. Darf, sie die Gelegenheit bekommt. Ja, es in ihre Hände gelegt wird. So, wir müssen nochmal noch ein bisschen. Und das muss auf den Punkt stimmen. So, wir müssen nochmal noch ein bisschen. Ja, man sieht, hier kommt es wirklich auf jeden Meter an. Jetzt ist auch die liebe Katze wieder da. Müssen wir gerade mal gucken. Ne, das war die falsche Richtung, mein Freund. Wir müssen ein bisschen Prograde gehen. Wir müssen ein ganz kleines bisschen Prograde gehen. So, und jetzt ein bisschen Retrograde. Wir müssen es kurz hin, weil jetzt können wir hier wirklich mit einem Meter pro Sekunde machen wir hier sehr, sehr, sehr viel gut oder kaputt. Das weiß man nicht. So, das nehmen wir so. So, dann sind wir eine ganze Zeit im... ...im Orbit um den Moon. Das ist schön. Wir haben noch fast einen halben Tank übrig. Ich habe jetzt leider kein Engineer-Modul mit eingepackt. Schade. Ich hätte gern mal gewusst, wie viel... Da hinten ist er. Ich hätte gern mal gewusst, wie viel Treibstoff in Delta V wir noch übrig haben jetzt. Aber es müsste noch einiges sein, weil wir eben, glaube ich, 1200 oder 1600 Meter pro Sekunde gebrannt haben. Und wir immer noch gut Treibstoff übrig haben. So, ähm... By the way, wir können einmal hier die RPWS-Antenne aktivieren. Wie wäre es denn? Hier. Aurora-Chorus. Radio-Waves are detected. Emanating from Kerbin's poles. Indicating the presence of geomagnetic storms. So, ähm... Ja. Leider war kein Platz mehr für eine Antenne. Das bedeutet, wir müssen das jetzt von Hand machen. So, Valentina Körben ist da. Können vielleicht mal ein IWA-Report. Haben wir schon. Gut. Dann muss sie jetzt hier nur kurz die Daten... Muss sie nur kurz die Daten... Ähm... Ja, wir machen mal so. Das ist schon okay. Ein bisschen freihändig. So, Daten einsammeln. Das müssen wir in der nächsten... nächsten Version des Schiffs unbedingt ändern, dass man das von der Einstiegsluke aus machen kann. So, und dann gehen wir hier rein. Das Ding schalten wir aus. Das verbraucht nur unnötig Strom. Und wir aktivieren das SIS wieder. Und, ja, lassen unsere Reise langsam fortsetzen. Wir sehen hier, ähm... Oxygen Water. Das ist alles da. Food. So, ein schönes Screenshot machen. Und wir müssten gleich unseren Transfer abgeschlossen haben. Wir sind gleich am Punkt, wo wir in den Moon Orbit übertreten. Ich möchte es ein bisschen... Es muss ein bisschen cineastischer aussehen. Vielleicht so. Eben sind wir in den Moon Orbit übergetreten. So, jetzt haben wir hier tatsächlich ein paar Stündchen, fast anderthalb Stunden Zeit, äh, was zu erledigen. Das bedeutet, wir machen erstmal hier Mystery Goo Observing. The Goo seems to be less dense here. Ja, das haben wir ja schon mal getestet. 13,8 Science. Ähm... So, Return or Transmit Data. Also, wir müssen es mitnehmen. Zwei der folgenden Experimente. Das heißt, ähm... Ja, wir haben den Magnetometer noch. So, ähm... Das heißt, hier müssen wir auch nochmal observen. Ich observe jetzt beide High over the Moon. The Goo feels right at home here. Jawohl. Ähm... Verschwenden wir zwar ein bisschen was, aber es ist mir so sicherer. Ähm... Auch hier wollen wir wieder ein EVA Report. You've recorded your observations about the situation. 14,4 Science Points. Krasse Scheiße. So, ähm... Gleichzeitig wollen wir hier... Die Daten einsammeln. Und storen. So, die einen Daten müssen wir draußen lassen. Sonst sagt er es doppelt. Und wir wollen nochmal ganz kurz... Ich finde das geil, dass die hier so ein Visor haben. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. So, jetzt ist mir allerdings entfallen. Ich glaube, nur Scientists dürfen diese Experimente im EVA betreiben. Ja. Can only be externally controlled by a scientist. Und das ist Valentina natürlich nicht. So, dass wir diese Daten jetzt ebenfalls nochmal sammeln wollen. Und natürlich ein Crew Report. So. So, das schwache Magnetfeld des Moons, ähm... Ja, formt eine... Eine Serie... Eine... Eine Reihe komplexer Schemen, ähm... Oder komplexer Formen, äh... Durch den... Ja, während seines Orbits. Ähm... Das Ganze wird dann von den Solarwinden noch gestört. Und, ähm... Natürlich der sehr starken Magnetosphäre von Kerbin. Und was wir auch noch machen wollen, ist ein Crew Report. You look down at the cold grey surface. It looks really beat up with craters. Jawohl. Sehr schön. So, jetzt müssen wir leider nochmal EVA. Tut mir leid. Und ich versuch's jetzt einfach mal. Vielleicht können wir es umbauen. Wir können es erstmal toggeln, glaube ich. Erstmal will ich Licht, wenn ich arbeite. So. Können wir es jetzt erstmal... Take data. Und, ähm... Nein, wir können es nicht toggeln. Und im... Ausgefahrenen Zustand habe ich irgendwie wenig Lust, das zu... Ähm... Das zu demontieren. Ja, mein Ziel wäre jetzt gewesen, dass mittels... Aber ich habe, glaube ich, auch keine KS-Werkzeuge dabei. So, wir wollen aber nochmal hier... Magnetometer-Daten haben. Unglaublich, was man alles in so ein kleines Ding reinkriegt. So. Also, a weak magnetic field indicates, that the moon may once have contained a molten iron core. Auch diese Daten sind wichtig. Ähm... Schalten wir aus. Jetzt wäre die Frage, was wir als nächstes tun müssen... Hm, ich versuche es gerade mal. Ne, es kommt immer wieder nur Disassemble-Part. So, Leitz-Method, sie muss dann immer wieder... Wow. Sie muss dann leider immer, immer wieder raus aus dem Raumschiff. Und dafür will ich dann auch später die IWA-Handrails haben, weil das so nervt. So. Ja, und dann kannst du dich einfach entlanghangeln. Im, im echten Leben wird keiner freihändig sowas machen, der... Ja, du musst ja bedenken, wenn du jetzt dann vorbeigreifst, warst du es. Fertig. Das Leben ist rum. Ja, da kannst du, kannst du auch nicht wegdiskutieren. Es ist dann vorbei. So. Ähm, was passiert, wenn wir hier in elf Minuten... Ich möchte ein bisschen dichter ran, ehrlich gesagt. Und zwar... Wir wollen wirklich sehr viel dichter ran. Vier Kilometer ist mir ein bisschen zu flach. 25 Kilometer über den Mond. Würde danach indikaten, dass wir hier ein etwas... Oh. So, 26 Kilometer über den Mond. Aber wir brauchen dafür nur 89 Meter pro Sekunde. Treibstoffmäßig müsste es hinkommen. Ähm, wir müssen nur schauen, dass wir danach, wenn wir hier auf dem... Escape-Encounter sind. Das Problem ist nämlich die Zeit. Wir müssen das Essen im Auge behalten. Wir müssen das Essen monitoren. Wir müssen vor allem... Ähm... Ich finde ja auch diese Nano-Gauge ist so geil. Ähm, da müssen wir auch mal reingucken. Die möchte ich ganz gerne auch mal haben. So, das schöne Essen. Wo ist es denn? Da. Wir dürfen das Essen nämlich... Wir haben nur für 33 Tage Essen. Wir müssen das, äh... Genau einkalkulieren. Wenn wir jetzt hier ein Manöver machen und uns hier dann abbremsen... Der zeigt an. Delta V. 143,2. Muss noch ein bisschen. So, Treibstoffmäßig ist das, wie gesagt, kein Thema. Ähm... Ja, hier würden wir jetzt... 149 Meter pro Sekunde brauchen. Hier brauchen wir 89. Ähm... Die Frage ist, wann erreichen wir die Kerbin Periopsis? In vier Tagen. Das ist also drin. Da darf jetzt nur kein Mist passieren. Ja, wenn wir jetzt irgendwie Scheiße bauen, Dann, ähm... Geht's mit der glorreichen Reihe der Rettungsmissionen wieder weiter. So, das heißt, wir werden tatsächlich den Orbit in neun Minuten nochmal anpassen. Und wir möchten nochmal einen Low-Moon-Orbit. Ja, Valentina kann das entscheiden. Sie ist die beste Pilotin, kann man so sagen. Ja, von, ähm... Der ganzen Kerbelheit. Und... Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Zwei, eins... So, drei Sekunden vor dem... Punkt ist es soweit. Ich wollte auch eigentlich nur zwei Stunden aufnehmen, ne? Ich hab gesagt, zwei Stunden machst du vier Folgen wieder. Wie sieht's aus? So ein Soll-Ist-Abgleich. Wir müssen noch ein bisschen... Müssen wir noch machen, dann stimmt alles wieder. Ja, schön. Tschönen.